Die Stromfresser sind unter uns. Sie sind überall. Aber wir können ihnen Einhalt gebieten, weil wir sie erkennen. Wie du also am besten Strom sparst, das erfährst du in diesem Video. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Du öffnest mal wieder deine Stromrechnung und willst nachsehen, ob es eine Nachzahlung gibt oder vielleicht auch eine Gutschrift und dann stellst du fest, dass dein Stromverbrauch schon wieder gestiegen ist. Da bist du nicht allein. Hast du gewusst, dass zahlreiche Stromfresser im Haushalt den Verbrauch hochtreiben? Und das sind gar nicht unbedingt nur die, die einem zuerst in den Sinn kommen. Also lass uns doch einfach mal schauen, wer da wo am meisten Strom frisst, welcher Verbrauch eigentlich normal ist und natürlich wo du konkret sparen kannst. Welcher Stromverbrauch ist eigentlich normal? Der individuelle Stromverbrauch wird von einigen Faktoren beeinflusst. Welche Geräte laufen? Wie lange laufen sie? Was verbrauchen sie? Wie viele Personen leben überhaupt im Haushalt? Und ist es eine Wohnung oder ein Haus? Alt oder Neubau? Und wie groß überhaupt? Fragen, Fragen, Fragen. Trotzdem kannst du dich dem gängigen Durchschnittsverbrauch in Kilowattstunden über eine relativ simple Formel nähern. Die Wohnfläche in Quadratmeter mal neun Kilowattstunden plus die Anzahl der Personen im Haushalt mal 200 Kilowattstunden. Und falls die Warmwasserversorgung elektrisch erfolgt mal 550 Kilowattstunden und das Ganze dann nochmal plus die Anzahl der Elektrogeräte im Haushalt mal 200 Kilowattstunden und dann hast du in etwa deinen Stromverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr. Und den könntest du jetzt natürlich sofort mal mit deiner letzten Rechnung vergleichen. Wenn dir diese ganze Rechnerei jetzt so anstrengend ist, kann ich gut verstehen, gibt es natürlich auch Durchschnittswerte, die dir bei der Einordnung helfen. Ein Single-Haushalt verbraucht etwa 1.450 Kilowattstunden im Jahr. Bei Paaren sind es ungefähr 2.450 Kilowattstunden. Kommt nochmal ein Kind hinzu, werden daraus 3.050 Kilowattstunden im Jahr. Mit zwei Kindern sind wir bei 4.150 Kilowattstunden und Familien mit drei Kindern verbrauchen etwa 4.850 Kilowattstunden Strom im Jahr. Was direkt auffällt, mehr Personen bedeutet gleichzeitig mehr Verbrauch. Dieser verdoppelt sich aber jetzt nicht pro Person, sondern steigt unterproportional. Was logisch ist, weil Verbraucher wie Kühlschrank oder Licht ja von allen gemeinsam genutzt werden. Je mehr Personen in einem Haushalt leben, desto effizienter wird's also. Zeit, die gute alte WG wieder zu beleben? Hi Robin! Hi! Ich hab Pizza mitgebracht! Oh nice! Aber jetzt mal genug mit den Zahlen. Wenn du gerade festgestellt hast, verdammt, die Werte knackig ja locker. Dann sollten wir uns mal dringend auf die Suche nach den größten Stromfressern machen. Die größten Stromfresser im Haushalt. Wenn ich dich jetzt frage, was ist der größte Stromfresser im Haushalt, dann antwortest du wahrscheinlich, der Kühlschrank. Hätte ich auch gesagt, aber nee, nee. Dann sagst du vielleicht, die Waschmaschine. Netter Versuch, aber nein. Ich präsentiere die Top 7 der stromhungrigsten Anwendungen im Haushalt. Und damit es spannend bleibt, natürlich von unten nach oben. Platz 7 geht ans Spülen mit 8 Prozent des Verbrauchs. Gefolgt vom Kochen mit 9 Prozent. Dann kommt Kühlen und Gefrieren mit 11 Prozent auf Platz 5. Auf Platz 4 das Licht bzw. die Beleuchtung hat einen Anteil von 13 Prozent am Stromverbrauch. Und jetzt kommen die Top 3. Den Anfang macht Wäsche waschen und trocknen mit 14 Prozent. Davor sind dann mit 17 Prozent die gesammelten anderen Nutzungen, wie zum Beispiel Gartengeräte, Staubsaugen, Bügeln oder was dir da eben sonst noch so einfällt. Abgesehen von der absoluten Nummer 1. Mit 28 Prozent des Stromverbrauchs im Haushalt ist es der PC, der TV, die Spielekonsolen, die Musikanlagen und eben weitere Unterhaltungselektronik. Ich finde, da sind doch einige Überraschungen dabei, oder? Viele der Geräte verbrauchen sogar Strom, auch wenn du sie gar nicht nutzt. Stichwort Standby und so. Und das nicht nur der Fernseher mit seinem roten Lämpchen. Auch sowas hier verbraucht häufig Strom nur dadurch, dass es einfach am Netz hängt. Ein ganz normales Ladegerät fürs Smartphone. Oder die hier. Ja, auch eine Waschmaschine zieht Strom. Sogar wenn sie aus ist. Das sind zwar alles erstmal keine riesigen Mengen an Strom, aber holst du zum Beispiel den Fernseher aus dem Standby-Modus, sparst du so 20 bis sogar 120 Kilowattstunden im Jahr. Und das summiert sich schnell. Die Lösung? Stecker ziehen. Ganz einfach. Oder besorg dir diese Mehrfachsteckdose mit An- und Ausschalter. Ein Klick, alles vom Netz getrennt. Läuft. Oder eben nicht mehr. Stromverbrauch berechnen. So geht's. Um den Stromverbrauch jetzt exakt zu bestimmen, gibt es zwei Möglichkeiten. Mit einem Messgerät oder wieder mit einer tollen Formel. Kommen wir erstmal zum Messgerät. So wie dieses hier. Das ist natürlich die exakteste und einfachste Möglichkeit. Das Messgerät kommt wie ein Zwischenstecker zwischen den Verbraucher und die Steckdose. So bekommst du direkt den aktuellen Verbrauch angezeigt, aber auch Hochrechnungen. Zum Beispiel aufs ganze Jahr. Der große Vorteil. Das Messgerät misst auch den Standby-Strom. Du siehst also genau welches Gerät heimlich wieviel Strom verbraucht und kannst die Übeltäter gezielt aus dem Spiel nehmen. Oder besser gesagt vom Netz. Wenn du gerade keinen Strommesser zur Hand hast oder dir das Geld sparen willst, kannst du den Verbrauch auch einfach ausrechnen. Die Formel ist simpel. Leistung des Gerätes in Watt multipliziert mit der Laufzeit in Stunden. Das ganze geteilt durch 1000 und raus kommt der Verbrauch in Kilowattstunden. Nehmen wir doch exemplarisch mal diesen Staubsauger hier. Der hat 2400 Watt Leistung. Du saugst jetzt eine halbe Stunde, also 2400 mal 0,5 macht 1200. Das ganze geteilt durch 1000 macht dann 1,2 Kilowattstunden. Wenn eine Kilowattstunde 37,3 Cent im Grundversorgertarif kostet, schlägt das Saugen also mit 44,76 Cent zu Buche. Ist jetzt erstmal nicht so viel. Wenn du das aber mal mit allen Geräten durchrechnest, die du so nutzt und das aufs ganze Jahr hochrechnest, dann kommt da schon mal einiges zusammen. Als weiteres Beispiel mal der Standby-Modus eines Fernsehers mit rund 14 Watt. Ist der 24 Stunden pro Tag auf Standby, zum Beispiel wenn du mal nicht da bist, dann sind das 336 Watt. Geteilt durch die 1000, also 0,336 Kilowattstunden und damit rund 11 Cent pro Tag. Das sind aber 40 Euro im Jahr fürs Nicht-Nutzen. Zum Schluss möchte ich dir noch mal ein paar kurze allgemeine Strom- und Energiespartipps mitgeben. Immerhin hatte ich das Schauen meines Videos ja auch schon wieder ein paar Cent gekostet. 5 Top-Tipps zum Energiesparen Spartipp Nummer 1. Hol dir den Sparduschkopf für die Dusche. Das habe ich auch gemacht. Der reduziert nämlich die Wassermenge erheblich und damit natürlich auch die Energiekosten fürs warme Wasser. Spartipp Nummer 2. Gönn dir einen neuen Kühlschrank. Im Idealfall steht da dann Effizienzklasse A drauf. Wenn dein Alter nämlich schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, kannst du da bis zu 60 Prozent Verbrauch einsparen. Übrigens für Kühlschränke, Geschirrspüler, Waschmaschinen, Lampen und elektronische Displays wurde 2021 A++++ und Co. abgeschafft. Hier gibt es jetzt nur noch die Energieeffizienzklassen A bis G, wobei A das beste ist. Für alle weiteren Geräte kommt das dann auch in den nächsten Jahren. Alle Infos zu den neuen Energieeffizienzklassen findest du übrigens auch im passenden Beitrag im EnBW Magazin. Den Link habe ich natürlich in die Infobox gepackt. Spartipp Nummer 3. Drehe alle alten Birnen aus deinen Lampen. Die verbrauchen viel zu viel. Solche LEDs und Stromsparlampen reduzieren deinen Verbrauch um bis zu 85 Prozent. Ich habe auch alle ausgetauscht. Sollte jeder machen, lohnt sich. Spartipp Nummer 4. Nutze die Energiesparoptionen an deinem PC oder Laptop. Hier besteht bis zu 80 Prozent Einsparpotenzial. Und zuletzt nochmal der wichtige Tipp Nummer 5 für die kalte Jahreszeit. Wenn du die Temperatur in deinen Wohnräumen nur um ein Grad reduzierst, bedeutet das schon sechs Prozent weniger vom Brocken Heizkosten. Und ehrlich gesagt, das eine Grad merkt man doch kaum, oder? Mein Fazit? Energie ist und bleibt ein deutlicher Kostenfaktor in jedem Haushalt. Aber du hast eben auch viele Möglichkeiten, diesen über deinen Verbrauch zu beeinflussen. Und dabei gilt, habt ihr ja mitbekommen, Kleinvieh macht auch Mist. Und übers Jahr verteilt gar nicht mal so wenig. Identifiziere also am besten die Stromfresser bei dir zu Hause und schaue bei jedem einzelnen, was du optimieren kannst. Viele sind auch Gewohnheiten, die man einfach etwas anpassen kann. Stichwort Heizkosten. Für alle, die einen Garten besitzen, habe ich in der Infobox weitere nützliche Experten-Tipps hinterlegt. Schau doch mal rein. Also ran an den Taschenrechner und ans Sparen. Schreib doch mal in den Kommentaren, was bei dir die größten Verbrauchsüberraschungen waren. Ich hoffe, dass ich dir alle wichtigen Infos liefern konnte. Wenn du Fragen zum Thema hast, hinterlass auch einfach einen Kommentar. Ansonsten lass gerne ein Like da, wenn es dir gefallen hat. Und wenn du den Kanal abonnierst, unbedingt die Glocke drücken, dann verpasst du keine spannenden Videos mehr. Wie zum Beispiel dieses hier. Das ist auch richtig gut. Bis bald. Dann sollten wir uns mal dringend auf die Suche nach den größten Stromfressern machen. Stromfressern. Noch hier mal 12, 3 im Sinn, geteilt durch 15. Zieh die Wurzel aus 2. Hey, habt Spaß!